ich denke der gewinner ist zu 90 prozent klar natürlich die jahre serie ist einfach die stärkere serie da müssen wir jetzt hier nicht über streiten ist es ist einfach so es ist einfach so champions gegen bundesliga drei packs und mit diesen serien oder mit diesen packs kann man halt perfekten unboxing battle aufnehmen hier sind zwölf karten drin hier sind zwölf karten drin es ist alles fair und deswegen gehen wir rein in die erste runde und wenn ihr einen xxl unboxing battle sehen wollt lasst direkt hier zu beginn des videos ein däumchen nach oben da würde ich mich sehr darüber freuen und wir gehen rein runde nummer eins let's go und wir starten mit der champions serie sie starten jetzt direkt mit euch mal schon sagen mit dem herrn kollegen ihr wisst mir nicht meine aber wir starten mit miralim pianic der ist schlag bei axelwitzl tobi alderwareit dann mc dominay das sind jetzt nur noch base karten hier ante rebic karasko paulsen tello die maria dahoud mandy und joe gomez das sind alles karten die schlagbar sind ich weiß gar nicht wer jetzt hier der beste ist also hier sticht irgendwie gar keiner so richtig heraus aus meiner sicht und vielleicht steht da jemand hier heraus hätte ich nichts dagegen hätte ich nichts dagegen da kommt eine logo karte das ist cool weil die logo karten feiere ich mega mäßig waldemar anton il sanka tussard zentner und serg nabry also serg nabry sage ich euch ganz ehrlich hätte das potenzial bret embolo hübner tuta dann das bielefeld logo und raffael schichos also der beste da müssen wir nicht überstreiten ist ganz klar serg nabry serg nabry ist besser als mc dominay besser als andrewic besser 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 ich gibt es jetzt schon abreden punkt neue serg nabry die bundesliga serie mit dem punkt die bundesliga serie mit dem punkt was geht hier bitteschön ab was geht hier bitteschön ab runde nummer zwei runde nummero 2 haben wir evin cheko mark roca diego demme real social logo lukas murat sergio busquets angolo kante und das ist jetzt eine ansage paul pogba luis suarez pizzi und jules kundee also man muss auch schon ehrlicherweise sagen das erste pack in der champions league serie war jetzt wirklich nicht so ein gutes pack das erste pack war halt einfach kein gutes pack und deswegen konnte die bundesliga serie halt auch weil wir glück hatten mit serg nabry in führung gehen ich glaube nicht dass jetzt hier jemand pogba oder kante schlagen kann niklas stark nicht rief und nicht davis auch nicht nur koko auch nicht obwohl es gute spieler sind davis und koko ita gamley baker sommer möller delhi jackel dann mag oliver kämpf und ein vanicek leider nein wenn jetzt lewandowski harland gekommen wäre dann hätte ich vielleicht gesagt ja aber ja somit steht es jetzt erst mal 11 und wir gehen rein in die letzte runde wir gehen rein in die letzte runde und ziehen jetzt ronaldo kappa ronaldo gibt es leider noch nicht in der serie immer wenn man immer wenn man das menschens a united logo sieht champions und so dann denkt man hat immer an ronaldo tadic muriel enesri diaz disco rafinha lester logo robertson van dyke und das ist jetzt halt van dyke ist eine ansage van dyke ist eine ansage ihr habt die post hat geklingelt hier also van dyke habe ich mir gemerkt junge junge ich denke ich denke mal ihr habt das klingeln gehört oder ich denke mal ihr habt das klingeln gehört und gegen er es muss halt lewandowski oder haaland oder so kommen ansonsten war es das und dann gewinnt die serie die wir halt im anfang schon oh königsdorfer von dresden sehr geil von sack timo horn asano krüger baumgartner brux matthäus kunja und da ferner da kann keiner van dyke schlagen und somit hat die bundesliga serie die führung verspielt 0 1 führung und am ende 2 1 champions league das war's mit dem unboxing bettel das gerne leichter lassen abo da ich bin raus und bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal